ja heute gehen wir mal zurück in das letzte jahr in dem moment erst vorletzte jahr an den moment wo magic sich krass veränderte war of the sparks mit den asynchronen planeswalkern gucken wir uns das mal an ja was haben wir denn hier kraal stinger 302 left touch insect assassiner kann ich mir so kacke wall of runes ein mana 04 verteidiger wenn ihr spielverkommst crime und die karten fühlen sich gut an sammuts sprint ein mana eine kreatur kriegt plus zwei plus eins und eile bis man es zu ist mit scry 1 charity extractor vier mana 1 von fly flink okay centaur nouritura vier mana 2 4 wenn ihr spielverkommst kriegt man drei leben tappen für mann am liebier farbe an crop invader drei mana 2 2 solange der wir sagen es nicht euer zug ist hat er erst schlag und für ein mana könnt ihr eine andere kreatur opfern um dem plus zwei plus null zu geben kann ich immer so kacke divine arrow zwei mana instant kreativende oder blockende kreatur kriegt vier damage eretik visionary zwei mana 1 3 zwei mana tappen zieht eine karte dann wirf eine karte ab primordial wurm sechs mana 7 6 okay eight of the fallen zwei mana sorcery man wird eins oder beides man bringt eine kreatur aus dem friedhof zück auf die hand oder man bringen planes vorgas und friedhof zück auf die hand ziemlich gute karte oh ja ich erinnere mich noch hier um ugens konjunkt x mana 0 0 kommt mit x plus 1 1 marken spiel und wenn dem schaden zugefügt werde während er plus 1 1 marken hat wird der schaden verhindert und man nimmt so viele plus 1 1 marken runter mit dem haben sie damals kombos gebaut mit irgendeinem komischen pferd um alle länder zu zerstören im modern firemines vessels vier mana konkret ab dem spiel tappen wir zwei mana mit ihrer farbe und unser planeswalker ist twatley the sun herter nee the sun's hurt ja auf jeden fall diese dinosaurie ab landsburg rennen drei mana sieben marken okay jeder kreatur kann kombos schaden in höhe ihrer verteidigungsstärke statt ihrer stärke zu weisen okay und für minus drei man kriegt leben in höhe der höchsten verteidigungsstärke an allen kreaturen die man kontrolliert und unsere rare ist command of the dread horde sechs mana man sucht sich eine beliebige anzahl an kreaturen planeswalkers im friedhof und fügt einem was und dann fügt die was deals damage equal to the total combated mana cost of those card er fügt euch schaden zu in höhe der mana kost und man kriegt die entfällt wow wow die ist gut haben wir noch einen mountain und einen zombie army ja soviel dazu wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin ab gleichzeit ciao ciao so 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 Untertitelung des ZDF, 2020